Herzlich willkommen bei Malen mit Kerstin, heute mit einem Entenweiher in der Abendsonne. Wir beginnen damit, dass wir eine runde selbstklebende Etikette aufkleben auf unser Blatt, dort wo die Sonne sein soll, zum Schluss. Ich habe ein 200 Gramm pro Quadratmeter Aquarellpapier in meinem Reisetagebuch und den kleinen Reisefarbkasten von Schminke mit den zwölf Näpfchen. Ich mache mir die Seite nass, ich habe einen Teil abgeklebt, das ist kleiner als A4 und male mit dem Fähnstippler und einem goldenen Gelb den Hintergrund. Ich grundiere ihn zuerst vertikal, dann horizontal. Ich mische auch ein bisschen Zitronengelb und ein Orange aus Dunkelgelb und Zinnoberrot dazu. Hier in der Mitte möchte ich es noch ein bisschen heller, deswegen kann ich mit einem sauberen Taschentuch diese Stelle, solange die Farbe nass ist, noch einmal abtupfen und es mit dem Fähnstippler den Übergang schön verblendern. Hier nun hell ich diese Stelle noch ein bisschen auf. Ich habe die Etikette weggenommen und mache den Rand zwischen dem Weiss, wo die Etikette gewesen ist, und dem Gelb homogener, feiner und wasche überhaupt die Stelle ein bisschen heller, da wo die Sonne hinkommt. Dann muss ich das Ganze trocknen lassen und erst wenn es trocken ist, kann ich mit dem nächsten Schritt weiter tun, nämlich mit dem Aquarellschwamm und einem Zinnoberrot tupfe ich die entfernte Baumreihe am gegenüberliegenden Ufer. Anschließend verwende ich die Mischung aus Schwarz, ein bisschen Permanentgrün und Sepia-Braun und tupfe sie unterhalb des Zinnoberrots in diese Baumreihe. Jetzt fahre ich mit dem Fähnstippler direkt in den Farbtopf. Also zusammen nehme ich Schwarz und Sepia-Braun, habe es so am Pinsel und ihr seht, gehe dann direkt aufs Papier. Ich möchte diese Uferlinie sehr dunkel. Ich fahre einfach von oben nach unten ein bisschen in dieses Getupfte hinein. Da, wo ich mit dem Schwamm schon getupft habe, fahre ich von unten her hinein. Jetzt ziehe ich dieses Dunkle mit dem feinen Schriftenpinsel, feinen Schlepperpinsel, hinein in das fein getupfte Blätterwerk der Bäume im mehr oberen Bereich. Schön von unten nach oben ziehen. Immer wieder Farbe holen. Es ist dieses Schwarz-Sepia-Braun mit ein bisschen Permanentgrün-Gemisch von meiner Palette. Jetzt tupfe ich noch einmal in die Bäume hinein. Mach mehr Blattwerk. Ich hole noch einmal vom Zinnoberrot und goldenen Gelb relativ intensiv jetzt auf meinem Aquarellschwamm, dass diese obere Seite der Baumreihe des Buschwerks, Blattwerks wirklich leuchtet, in diesen Gelb-Rot-Tönen leuchtet, in dieser Abendstimmung. Vielleicht ist es schon ein bisschen herbstlich und das Laub ist sowieso rötlich-gelb. Jetzt ziehen wir mit dem Fähnstippler gegen unten hin die Spiegelung ins Wasser. Wir verwenden dazu dieselben Farben, also Sepia-Braun und Schwarz, direkt aus dem Topf. Sogar vielleicht ein bisschen mehr Schwarz hier. Das Wasser darf wirklich sehr dunkel sein. Es kann sogar dunkler sein als die Baumreihe selber. Ich habe jetzt nach unten hin ein bisschen abgetupft. Es wäre mir zu viel da nach unten gelaufen. Und nehme jetzt den mittleren Detailpinsel und ziehe horizontal leichte Schattenstellen, Wellentäler, Struktur in den Teich, in das Wasser. Das mache ich, wie gesagt, horizontal, dass man das Wasser sieht. Und wenn ich vorher vertikal, wie gesagt, diese Spiegelung ins Bild gezogen habe, passt das jetzt wunderbar, wenn ich horizontal weiterarbeite. Ich habe jetzt direkt noch einmal dunkle Farbe, Sepia-Braun-Schwarz geholt und ziehe von rechts und links Dunkelheit in mein Wasser. Das ist gut, weil oben haben wir ja den Sonnenbereich, den hellen Bereich, den wir auch berücksichtigen müssen. Jetzt habe ich ein paar Enten gemalt im Vordergrund. Und ihr seht, ich strichle jetzt ganz fein die Wellen, die entstehen, wenn die Enten schwimmen. Die ziehe ich auch horizontal, aber nur etwa einen Zentimeter breit und so schön von dieser Entenfamilie weg ins Wasser hinein. Einfach ganz mutig. Die Enten spiegeln sich natürlich auch im Wasser. Das könnt ihr hier ganz genau sehen. Ihr könnt den Film auch anhalten und sie zuerst einmal abmalen. Es ist fast ein Zeichnen bei diesen feinen Entchen. Und erst dann weitertun mit dem Wellenwurf, mit der Spur, die die Enten im Wasser ziehen. Die geht so schön auseinander nach hinten. Und man hat wirklich das Gefühl, die Enten schwimmen hier durch diesen Weier, durch diesen recht glatten Weier am Abend. Gut ausarbeiten. Und für ein paar Glanzpunkte verwende ich jetzt ein Deckweiss direkt aus der Tube mit dem feinen Pinsel und mache hier einfach ein paar Glitzerpunkte in diese kleinen Wellenbewegungen, die die Enten verursachen, hinein. Da bewegt sich, wie gesagt, ist das Wasser bewegt. Und an der Oberfläche dieser kleinen Wellchen glänzt das Wasser natürlich besonders in der Sonne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Bitte abonniert ihn auch, dass ich weiterhin Videos für euch einstellen kann. Es gibt immer am Montag ein Inspirationsvideo, am Freitag ein Technikvideo bei mir mit VoiceOver. Ja, bis bald. Ich freue mich. Tschüss. Ja, bis bald.